Der ländliche Raum wird oft als das Rückgrat Baden-Württembergs bezeichnet. Warum ist der ländliche Raum so wichtig? Baden-Württemberg ist ein starkes Land, was von einem starken ländlichen Raum geprägt ist. Bei uns sind die ländlichen Räume nah dran an den Städten in Wirtschaftskraft, aber auch im Lebensumfeld. Während andere Bundesländer in Deutschland oder europaweit starke Gefälle zwischen Stadt und Land haben, sind wir hier nah beieinander. Gerade der ländliche Raum als ein starker Wirtschaftsstandort ist mit einer der Erklärungen, weshalb Baden-Württemberg so stark ist. Deshalb hat der ländliche Raum für uns als Landesregierung eine große Bedeutung. Deshalb machen wir eine Strukturpolitik, die den ländlichen Raum unterstützt, so stark zu bleiben, wie er ist. Was macht die Landesregierung, um den ländlichen Raum zu stärken? Wir haben in Baden-Württemberg eine aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum. Die ländlichen Räume bei uns sind stark, aber stehen natürlich auch vor Herausforderungen wie demografischer Entwicklung, die hier vor Ort angegangen werden müssen. Wir unterstützen die Gemeinden mit einer Vielzahl an Möglichkeiten, mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, unserem zentralen Instrument in der Strukturförderung im ländlichen Raum. Aber natürlich auch mit anderen Instrumenten, wie beispielsweise Regionalentwicklungsprogramm LIDA, wie Fragestellungen des magischen Dreiecks, also dem Zusammendenken von Landnutzung, Naturschutz und Tourismus. Aber natürlich auch mit einer regionalen Schulentwicklung, die künftig dazu beitragen soll, dass trotz zurückgehender Schülerzahlen wir eine flächendeckende Schulstruktur im ländlichen Raum halten können. Und insgesamt sind wir dran, die Gemeinden zu unterstützen, wie sie in einer veränderten Bevölkerungssituation ihre Infrastruktur so halten können, dass der ländliche Raum attraktiv bleibt für die Menschen und attraktiv bleibt als Arbeits- und Wirtschaftsstandort. Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum ist das zentrale Instrument der baden-württembergischen Strukturpolitik. Was wird damit erreicht? Mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum unterstützen wir als Landesregierung die Gemeinden im ländlichen Raum dabei, eigene Entwicklungskonzepte umzusetzen, sich weiterzuentwickeln, sich zu stärken im Bereich regionale Wirtschaft, im Bereich Erhalt der Ortskerne. Damit setzen wir auch einen wichtigen Punkt für die Innenentwicklung, um den weiteren Flächenfraß einzudämmen. Die Gemeinden unterstützen wir im Erhalt von Grundversorgung, also von Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten im ländlichen Raum. Und wir unterstützen Gemeinden dabei wichtige Infrastruktur in der Gemeinschaftseinrichtung, also beispielsweise Gemeinschaftsräume und Ähnliches auch für den sozialen Zusammenhalt in den Dörfern und Gemeinden. Also das ist ein wichtiges Entwicklungsprogramm für uns. Ich bin froh, dass es auch dieses Jahr wieder gelungen ist, 56 Millionen Euro für den ländlichen Raum über das Entwicklungsprogramm zu mobilisieren und hier Projekte zu unterstützen, die die Gemeinden an uns herangetragen haben, womit Dörfer, Gemeinden, Städte im ländlichen Raum gestärkt werden, in ihrer Wirtschaftskraft, in ihrer Infrastruktur und in ihrem sozialen Zusammenhalt. Schnelles Internet ist auch ein wichtiges Thema für den ländlichen Raum. Wie will die Landesregierung hier die Lücken schließen? Also Internet ist ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor, aber inzwischen auch ein wichtiger Faktor für die Menschen in der Auswahl ihres Lebens- und Wohnortes. Und wir sind in Baden-Württemberg mit das am besten abgedeckte Flächenland in Deutschland. Nichtsdestotrotz haben wir noch Lücken und wir wollen als Landesregierung hier die Gemeinden besonders im ländlichen Raum unterstützen, hier den Anschluss zu finden, sicherzustellen, dass die Menschen und die Unternehmen in der Fläche einen ordentlichen Zugang zum Internet haben. Wir haben die Breitbandinitiative 2 aufgelegt, wo wir in dem Rahmen, den uns das Europarecht zulässt, die Gemeinden unterstützen, eigene Breitbanderschließungen voranzutreiben. Und vor allem sind wir neu eingestiegen, indem wir Landkreise unterstützen, landkreisweite Hochgeschwindigkeitsnetze anzugehen, weil da liegt die Zukunft. Und ein Hightech-Land wie Baden-Württemberg muss natürlich den Anspruch haben, hier diese hohe Abdeckung, wo wir führend sind unter den Flächenländern, noch weiter auszubauen und eine flächendeckende Abdeckung hinzubekommen. Das ist Aufgabe der Kommunen, hier diese Versorgung sicherzustellen. Aber wir als Landesregierung wollen sie da aktiv dabei unterstützen und haben mit der neuen Breitbandinitiative hierfür auch neue Instrumente geschaffen.